Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der Hermanns Eck mit dem Garderole und mit dem Randy. Hallo! Alamanus! Was? Alamanus? Meinus! Alamein? Was? Alamein gibt's auch. Oh, da kam die geile Lademusik und das war damals noch Desert Combat. Das war eine Modifikation für Battlefield. Die war viel besser als das Ordinalspiel. Aber da habt ihr ja noch eine Windel gemacht. Das war eine schöne Zeit. Für Randy zumindest. Das stimmt, ja. Die Lademusik war geil. Der und da der Garderole ist. Aber die Lademusik musste man sich auch anhören, weil das Laden ja auch entsprechend lange gedauert hat. Hast du da im Multiplayer gesessen, hast immer zweiter Zeit auch so am Ladescreen geschuckt und der Rest war Spielzeit. Ach ja. Damals war alles besser. Ist richtig. Gerade heute. Gerade heute zum Freitag. Oder ist heute Freitag, oder? Ja. Müsste sein, ja. Müsste sein, ne. Müsste sein, ne. Müsste sein, ne. Haben wir also ein Thema? Ja, morgen ist Livestream bei Randy, oder? Hä? Morgen kein Livestream bei dir? Achso, naja. Standard. Standard Samstag. Ja, siehste. Also, irgendwie gefällt mir das hier nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber war ja... Ja, doch. Oder hä? Ja, was ist denn los? Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Hast du keinen genug genug? Willst du den hier mal probieren? Versuch du mal. Du wolltest doch eh wechseln. Ja, warte. Ich weiß aber eben noch mal ne Futterladung fertig, weil sonst bin ich nicht glücklich. Die kann ich auch fertig machen. Man sollte immer, liebe Kinder, alles was man anfängt auch zu Ende machen und durchziehen. Huch. Also, wenn ihr jemanden in der Schule habt, den ihr nicht mögt... Einfach so lange weiter... Einfach so lange weiter draufhauen, ne. Och, Randy. Niveau, du hast noch nicht gesagt, äh... Ja? Ich möchte noch ab und zu mal ein bisschen auf das Niveau achten. Ich glaube, das war gerade wieder so ein Moment. Du, naja, Moment. Wenn's zu dir gesagt worden ist, das ist ja ne Maybier. Wobei, immer wenn Randy Bullen sagt, meint er natürlich die auf dem Hof. Ja, das könnten vielleicht Zuschauer falsch verstanden haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist richtig. Und ich meine, das Schöne ist ja... Ich meine, klar, wir machen hier und korporieren ja und so weiter und so fort, ne. Äh... Auch, äh, zusammen. Aber ich sag mal mal so, für die lieben Gardero-Zuschauer, die jetzt, äh... Ja, mich zu niedrig finden vom Niveau, ja. Ist ja auch kein Problem, dafür... Och, Randy, das hat doch... Dafür hat ja der Gardero-Wohner viele andere Videos bei sich selber auf dem Kanal. Und ich spreche euch noch einmal am Tag. So ist es ja nicht. Deswegen... Aber wieso? Ich bin auch linksgrün versifft und Dingsbums... Dingsbums... Deswegen kommt Hermann Zecker auch nicht am Wochenende, ne? Ja, okay. Äh, ist richtig, ja. Das Wochenende lassen wir euch schon. Ja, ja. Das Wochenende lassen wir euch schon. Da habt ihr frei. Da habt ihr frei. Das ist durchaus richtig, ja. So, ich komm sofort rüber und dann guck ich mal, was sie da machen, Herr Wernersen. Ja, ich komm mal zu ihm und guck mal, was sie machen. Ja. Wollen sie denn da, wenn ich sie grad hier hab, wollen sie da am Samstag? Ja. Also morgen, wollen sie da mal als Gast mit dabei sein? Äh, kann ich gerne machen, ja. Was... Ich würde sagen LS-17, ne? Was kann man da schon besser machen? Ja, wir können auch Spin-Tiles oder sowas machen. Nein. Mir ist das ganz egal. Ah, hab im Zerstinten-Stream gemerkt, so viel Begeisterung ist für das Spiel nicht mehr da. Okay. Ja, wir können auch LS machen. Das hab ich. Hab ich installiert. Das... Ja, ja. Das hab ich mir beinah gedacht. Ja. Einfach mal so, keine Ahnung, zwei Stündchen, drei, Maxim. Ist er nicht. Ja. Welcher Trecker rupt denn nicht, sagst du? Der fennt. Ja, der rupt nicht, weil der im Baum hängt. Ach so. Und... Was dir nicht aufgefallen ist. Da ist ein Baum? Okay. Ich hab sogar noch... Ja? Ich hab sogar noch ein absolutes Special-Angebot für Sie. Sie dürfen sogar selber streamen. 2 plus 1 gratis? Ach so, okay. Naja. Sie dürfen sogar selber streamen, selbst wenn ich streamen. Ja, aber dann nehm ich doch die ganzen zu... Ne, das war was anderes. Okay. Alles gut, ja. Boah. Da kann man sich ja mal gönnen, ne? Also, ich liebe... Da... 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 Ja, auch möglich, ja. So alt sind wir noch nicht. Ne, ne... Sie schon, aber wir nicht. Ist richtig, ja. Meinst du, mit 40 geht's abwärts? Also, ich weiß, was dieses Wort ist, oder? Ne, bei 30 geht's abwärts, hat Randy mal gesagt, die Tage. Ist... Das ändert sich rapide. Ist... Ja, naja, ich hab immer gesagt, ne, ich hab jetzt noch 5 Jahre bis der Rente, ne? Ist das richtig, ja. Was hast du vielleicht gespart? Äh, ja, vielleicht die letzten 5 Jahre, gucken wir mal, was da noch rumkommt, ne? Aber... Ne, 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 Werner, das ist alles nicht das wahre hier. Das hab ich auch... Ja, das glaub ich, ne? War das nicht das am Trecker? Ich... Das ist so eine starre Achse. Also so eine starre... Ja, stimmt da nicht. Ja, ist richtig. Brauchst du mal in den Trecker durch? Wahrscheinlich hast du das eh schon gemacht. Ja, der MB-Tag ist zu schwach leider. Immer noch. Was ist denn... Was ist denn das akute Problem? Willst du mir jetzt sagen... Also ich hab doch den Traktor angehangen, der geht doch mit der Presse. Ne, der kann aber nicht... Ne, der wird... Da geht nicht. Das Gelenk wird steif. Ja. Oh mein... Was ist versteift? Ey, ich bin doch beim letzten Mal auch mit dem Ding gefahren. Ja, ich auch. Aber wir werden uns dann kaputt gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, was daraus macht. Ja, tut mir leid. Ich kann es halt nicht so wie ihr. Das soll ich machen. Mhm. Deswegen übe es doch immer so viel, ne? Das ist richtig. So, ich sammle das Stroh jetzt mit dem Frontal da auf. Sehr gut. Hä? Wir haben hinten noch Stroh ohne Ende. In der Halle, ne? Das funktioniert, Alter. Ich hab das gar nicht gewusst. Ja, funktioniert das. Okay. Ich hab ein Häufchen gemacht. Ja, und dann? Ja, super. Oh. Ich fahr wieder. Äh, warte mal. Warte mal. Ja, theoretisch. Aber lass mich mal schauen. Können wir noch ein bisschen Kompost verkaufen? Dann können wir uns einen neuen Traktor kaufen vielleicht. Kompost noch da, ja. So, ein 10,50er Fendt. Ne? Okay. So, wir haben... Ja, den hole ich dann aber, ne? Wenn ich dir schon eine scheiße Arbeit wegmachen muss. Pfff. Du wolltest was anderes machen, ne? Jetzt nicht beschweren. Ist richtig. 39.000 Dieter. Ist richtig. Ist richtig. Ist richtig. Ist richtig. Ist das wirklich richtig? Absolut nicht. Ich glaube, es ist richtig. Oh, das hab ich genau gesehen, Randy, ne? Also, so spiel ich mit dir nicht. Nein. Aber dann kommt der Hardcore-Realist durch, ne? Aha. Hast du nicht mal Crossplay in deinem Projekt? Das hab ich auch... Was? Stimmt. Ja, Crossplay ist ja relativ beliebt jetzt mittlerweile, hab ich gehört. Was? Crossplay, ja. Deswegen muss man auch mal die andere Richtung gehen und Projekte ohne Crossplay anfangen. Jetzt machen wir nicht Quatsch hier. Ist wirklich so. Weil auf der Playstation gibt's kein Crossplay. Ja. Das hab ich aber auch. Und dann hab ich immer geguckt, wie mach ich das, dass ich da dann doch ein bisschen was zeigen kann. Und ja, was war früher? BGA. Ja, scheiße. Sing ergeben, ja, ne? Also, die Playstation, die ich damals gemacht hatte, zum Vorstellen. Geweils. Und dann willst du also was zeigen. Und da ist ja nix mit Mods. Oder war ja nix mit Mods. Ja. Es ist besser geworden. Aber noch... Also... Wir sind ja am PC komplett Mod verwöhnt, muss man sagen. Ja. Weil alles, wo irgendwie Skript drin ist, funktioniert auf der Playstation gar nicht. Oh, auf Microsoft. Xbox nicht. Ne, ne. Das ist das gleiche, ja. Ist doch nicht normal hier. Ich glaub auch nicht, ne? Aber... Wir werden ja nicht mal den MF testen, Werner. Ja, ich hab auch grad ein Gewicht angehangen. Warte, ich komm gleich. Schlimm, was Garderole meine. Schlimm, was Garderole meine. Du hast ja... Im 13er hast du noch auf der Playstation gezeigt. Im 15er auch, ja. Achso, okay. Weil mit dem 13er ging noch keine Mods. Mit dem 15er ging dann ja schon was. Ne, halt. Ne, 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 ne. Das kam erst mit dem 17er, ne? Mods? Mods auf der Konsole ging, glaube ich, erst mit dem 17er. Ja, das war ja die Revolution. Dann mach ich wahrscheinlich hier Dingens. Also Addons, ne? Dass du da schön in der BGA rumfahren kannst. Mit nem riesengroßen Häcksler. Und dann kriegst du ein bisschen Geld zusammen, ne? Dass man ein bisschen vorankommt beim Spielen. Mhm, mhm, mhm. Ist richtig. That is so correctly. Ui! Tada! So, mal gucken. Der Werner hat dieses lange steife Teil hier bewegt. Natürlich. Ich glaub's nämlich nicht. Was? Was? Find aber auf jeden Fall den neuen Thresher, oder die neue Thresher-Serie, die im 19er drin ist. Die sieht gar nicht so verkehrt aus. Welche? Das ist ein Idealgedönster. Welche? Äh, die Fend? Ja, das ist ein Fend. Das, äh, das was wir mit dem Dev-Blog veröffentlicht haben, das ist ja, auf dem zweiten Bild, das war ja kein Fend, sondern das war ein Marseille-Ferguson-Ideal. Schlipp, also scheinbar ist, gibt's das in mehreren Ausführungen, also es gibt drei. Da hab ich's jedenfalls auf dem Discord gelesen, bei, bei, bei LS. Du bist so schwer gerade holen. Fend Marseille. Das war... Aber ich weiß jetzt nicht, was der dritte im Bund ist. Geht besser, ne? Könnt ihr euch gerne mal in die Kommentare schreiben? Weiß ich schon, Markus, da noch geht. Versuch mal. Geht der besser? Ja, er fährt besser. Also jetzt dich pressen, oder? Ah doch. Doch, immer runter machen hier, warte mal. Geht? Bei mir gehen der nicht runter. Bei mir auch nicht. Boah, lass mich mal ran. Das kann sich doch nicht mehr angucken. Lass doch mal den Profi mal ran. Hab doch beim letzten Mal kusch. Was für ein Ding? Der hat mein letzt mal gekuscht. Gekuscht, okay. Mal rot das Ding. Hörst doch. Geht doch. Hörst doch. So, und jetzt hab ich wieder keinen Traktor. Danke dafür. Mit den, äh, Dings ging's nicht, oder was mit den MB-Trag, ne? Nee, MB-Trag geht nicht. Nee, den hab ich dir ja abgenommen, ist richtig. Und Fend geht auch nicht. Können wir den Fend denn noch aufrüsten auch nicht, ne? Ja, der Fend, glaub ich, hat aber ein anderes Problem. Weil da war das mit der starren, äh, ne? Achso, na, warte mal. Ne, nimm den mal. Ich mach das mit dem Fend. Das Kido, ich hab das letzte Mal auch mit dem Fend gemacht. Nimm den mal, wo ist denn der Fend, hier? Wieso ist ein Garderol jetzt im Drescher? Was ist hier eigentlich los? Ja, der, der hat ihn mir weg. Er, der klaut unsere Jobs. Okay. Ähm. Alles klar, gut. Kein Sourcebrock-Anhänger. Ich war nie ein Aufbrach-Fenner, äh, äh, Fan. Fenner, hm. Fenner. Kennst du nicht den? Nimm sie, nimm sie ihren Marseille. Wer, wer soll jetzt hier was machen? Ich komm ein bisschen, äh, hier. Ja. Hier kommen Turbulenzen, ich merk schon. Wollt ihr Doppelbespannung machen, oder? Genau. Alter, seid ihr blut. Was ist das? Also ich, ich weiß noch nicht, was das alles ergeben soll hier. So Randy, zeigen sie mir, wie das funktioniert. Ja, mhm. Es geht grad bergauf, chillen sie ihr Leben. Ich chill mein Leben. Gut, bergauf, ist das Ding wirklich ne Stop-Rolle? Soll ich dann mal? Wohnt das Gewicht hoch vorne? Äh, ja warum. Verstehst du? Ja, warum? Da ist irgendwie... Wollt ihr mal zurücksetzen, oder so? Kann es sein, dass sich das Gestänge irgendwie total verdreht hat, oder so? Ich weiß nicht, irgendwas ist damit. Geht besser. Na jetzt rommelt er wie Sau. Ja, weil du hinten nur anschiebst. Ja, ist richtig. Wow. Ja, na irgendwas ist da... Äh... Ja, aber hä? Du bist beim letzten Mal mit in Marseille gefahren? Vielleicht sind... Vielleicht sind unsere alten Traktoren einfach zu alt mittlerweile. Ja, kann man den noch tunen? Mehr Leistung? Oder ist das einfach... Was hat denn da jetzt drauf? 307 SLA. Und der nächste Werkstatt, kannst du einfach mal hinfahren. Am Hof. Am Hof, ja. Okay. Und dann bleibt das Kfz halt einfach mal stehen. Der nächste Trecker. Ja, jetzt müssen wir es nur noch finden. Wo genau? Dringend am Wohnhaus. In dieser Garage. Ach, hm. Wann los, Herr Wernersen? Ich schau gar nicht in der Werkstatt. Nein. 312 SLA ist das Maximum, was geht. Der hat dann 130 PS. Also den wir jetzt hier haben, oder was? Naja, versuchen wir mal. Ich weiß nicht, ob der das... Der höchste schon ist. Ja, ich habe gerade den Miststall mit einem Wohnhaus verwechselt. Also links abbiegen, links und dann wieder rechts. Langsamer angefahren. Weiter, 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 weiter. Noch ein Stück. Warmen, 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 rechts. Und dann geradeaus, bis es nicht mehr geht. Ach, hier drinnen. Bremse, bremse, bremse. Alljut. Machen wir mal. Konfigurieren. 307. Aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Also wir haben jetzt 70 PS und 90 PS ist das Maximum. Dann ist das ein anderer. Ist richtig. Ein 30 PS ist auch, ich will jetzt ja nicht sagen, niedrig. Aber, Herr Kult, wir spielen über Youngtimer. Warte, 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 warte. Wollen wir den nicht verkaufen und das nächste größere Modell kaufen? Bei Fendt? Ja. Weil es ist ja nämlich noch einer drin. Der geht bis zum 312er hoch. Der hätte 130 PS. Anderer ist genehmigt meinerseits. Fährst du denn bitte zum Händler, Randy? Na klar. Und darf ich den verkaufen und neu kaufen, oder? Ja, ich... Nur wenn es geht. Ich fahre aber auch gerade Dresch. Ich will das nicht machen, nein. Ich verstehe das nicht, aber passt schon. Ja, also mir wird in den Kommentaren immer geschrieben, dass ich so viel Geld ausgebe. Ach so. Da sind wir wieder beim Thema, du kannst ja nicht jeden recht machen, ne? Ja, der Peter. Äh, wo ist denn der Garderol gerade? Der ist auf dem Feld. Den Klaus. Ähm, kann ich für dir noch ein bisschen Zeug abgreifen? Äh, weizentechnisch? Was möchtest du denn? Weizentechnisch, ja, aber sowas. Weil dann könnte ich die erste Vorregel mal... Ich fahr mal eben für dich mein Rohr aus. Oh, ich freu mich. Äh, dann können wir gleich nochmal zum Brauerei fahren. Das ist eine gute Idee, weil dann können wir die nämlich endlich mal entleeren gleich auch. War das die... Drei Euro gekriegt, oder? War das der Excel-Move, oder was? Das war der Excel-Move, ja. Du hast ja Facecam an, ne? Oh, das wird interessant. Ich hab keine Facecam an. Ach so, das war am Streamen, ne? Okay. Du hast ja Facecam an, so gut kennst du mich. Ja, ich beobachte deinen Kanal nicht so, tut mir leid. Wo ist denn der Verkaufstrigger? Hinter der Halle. Immer der Halle. Kann der Halle sein. Das ist das, wo die Fenster drin sind. Wo, wo? Beim Händler, oder? Ach, lecker, ja, 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 ja. Ganz da hinten, wo die alten Maschinen steht. Ja, 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 ja. Jetzt noch rum. Die... Worn voll, danke. Bitte. So, wer hat die Brauerei gesehen hier? Äh, da waren wir ja nicht mehrfach, ne. Die Filmen sehen ganz schön scheiße aus. Was, ich sehe scheiße aus? Was wollt ihr grad sagen? Die Fillplane. Achso, die Fill... Ja, okay. Aha. Uiuiui, der schiebt aber ganz schön, wenn der voll ist. Mhm. So, dann können wir uns den Spaß machen. Irgendwie glaube ich, dass mein, dass der MB-Tag hier ein paar Zünd-Aussetzer hat. Der ist immer wieder so, läuft mal, mal nicht, mal schon, mal nicht. War so ein Wölkchen rausgeflogen? Ja. Der Time-Hartig ist auch ein Aussetzer. Ja, da musste man neu stellen. Wir sind übrigens fertig für heute, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne bei den zwei Boys vorbeigucken. Jetzt sind wir in der Endcard verlinkt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Endcard? Ja. Ja, ja, ja.